Ich bin der Georgian Grauland, äh Grauland, äh Grauland ist auch gut, mh, guter Name für einen neuen Kanal, Grauland. Jo, wir gehen in den Bier-Island rein und wir waren ja hier stehen gewesen, mit unserer schönen Flak. Ja gut, warten wir erstmal. Die Arbeiten alle fein vor sich her. Die Karbin haben wir 59, aber hier gehen ja gerade noch welche raus, ne? Ja, ja. Richtiges Flakfeuer, Alter. Was haben wir denn da von? Das ist ja eine Schule, Kindergarten. Voll. Okay. 18 gestorben. Okay. Wie sieht es mit der Entwicklung aus? Ah, ich weiß es nicht nur eine Schule, das ist역 Googleю. Das kündigst du. Wie sieht es mit dem Roboter? Also hat es ja eine einzige Kündigst abra, ist ja komplett dabei. Vielen Dank. Nektarspeicher. Den Speicher können wir doch gar nicht bauen. Wir haben uns doch das Ding hier weggebombt. Die Honigfabrik, da war doch irgendwas, ne? Äh, Honiglager oder sowas. Leider noch nicht bauen. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Ohne Gewölbe. An dieser Stelle eine dezentrale Lagerung am effektivsten. Hier gibt es zum Beispiel kein Honiggewölbe, warum auch immer. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. wir können eigentlich mal das so machen sound effekte vielleicht so ein unfassbarer wuselfaktor sage ich euch das wachsgewöse so 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 Ah, da kommt der Lippe. Ah, da kommt der Lippe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ist das einfach eine 8-8? Ist das einfach eine 8-8? Ist das einfach eine 8-8? So, dann können wir gerade gucken, dass wir vielleicht davon noch so ein paar Lagerstätten machen. Aber die halten ja mehr aus, haben ja gelernt. So, was haben wir gesagt? Was ist going on? So, was haben wir gesagt? So, was haben wir gesagt? Oh ja, nice. Jetzt sagt er, das ist ein 8er Flack. Aber naja, gut. Haben wir? Die nächste Welle. So, was haben wir gesagt? 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 Boah, easy, alles in Ordnung. Ich hab nicht so viel Schaden. Wir haben ja Platzproblem, deswegen können wir nur so und so viele Bienen hier haben. Ja, 500. Ich hab nicht so viel Schaden. die kaserne sieben das aktuell in unseren heile bienen aus zwei mehr du machst mich das ich Was sollten wir mit den Kranzeln Das ist ein bisschen größer, das ist nochmal gut Das ist ein bisschen größer, das ist ein bisschen größer Das ist ein bisschen größer Das ist ein bisschen größer, das ist ein bisschen größer Das ist ein bisschen größer, das ist ein bisschen größer Schafft. Easy. Knell das alles ausbauen. Knell das alles ausbauen. Schon cool. Ist schon cool. Ich kann meine eigentlichen Gebäude zerstören. Lull. 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 Ich habe einfach nur gedacht, das wäre eine kleine Minigun oder so. Ich habe einfach nur gedacht, das wäre eine kleine Minigun. Das wäre eine kleine Minigun. Das wäre eine kleine Minigun. Das Flugabwehr-Raketensystem. Das wäre eine kleine Minigun. Ach, hier ist das Ende. Das wäre eine kleine Minigun. Das ist mein Dämonbär. Das wäre eine kleine Minigun. Das wäre eine kleine Minigun. Das wäre eine kleine Minigun. Die Welle hat einfach alle meine Militärbienen getötet. Das wäre eine kleine Minigun. Wenn man nicht aufpasst. Das wäre eine kleine Minigun. 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 Oh Loll! Das ist einfach nur Ficke Moskau oder so! Keine Ahnung! Oh, wie geil! Wir haben 20 Wellen überlebt, geil! Man, eigentlich... Oh, schade! ... Das war's für heute. Das war's für heute. Und wenn das jetzt nur kleine Militär Bienen sind, wir brauchen einfach nur Stopfen. So, dann mal so. So, Rollschweicher. Gehärtetes Wachs. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020